Coco Berlin, Body Love. Dein Körper ist der Schlüssel zur Selbstliebe. Das sinnliche Coaching mit über 80 Übungen. Gelesen von der Autorin. Produktion DAV Besser Leben Willkommen zu Body Love. Willkommen zu Hause. Body Love wird dir helfen, in deinem Körper anzukommen und deine innere Kraft für dich selbst zu entdecken. Du kannst hier dem ganzen Potenzial, das du bist, begegnen und dich aus deinem Innersten heraus frei entfalten. Was wir gemeinsam unternehmen werden, ist eine sinnliche und berührende Reise zu dir selbst. Unser Körper ist kein Objekt, sondern ein lebendiger, weiser Organismus, der direkt und jederzeit mit unserer Seele und allem, was wir je erlebt, gefühlt und gedacht haben, verbunden ist. Zusammen mit unserem brillanten Geist und unserer wilden Seele macht er uns zu dem, was wir sind und was wir werden können. Denn wie jeder lebendige Organismus sind auch wir immer im Werden. Egal, was du jetzt noch über dich denkst und was du bisher erlebt hast, mit dir ist nichts falsch. Und es ist auch nicht zu spät. Body Love ist kein Selbstverbesserungshörbuch. Es ist ein Hörbuch, das dich entdecken lässt, wer du wirklich bist. Es hilft dir, in deine volle Kraft zu kommen und dich aus dir selbst heraus voll zu entfalten. Mit Leichtigkeit, Neugierde und Vertrauen. Unser Körper tut alles, damit es uns gut geht. Doch wir fühlen uns von ihm getrennt und betrachten ihn fast immer nur von außen. Damit aber schneiden wir uns von unserer ureigenen Quelle der Kraft und Weisheit ab. Das ist nicht unsere persönliche Schuld. Wir machen das nicht individuell, sondern kollektiv. Und wir bestärken uns gegenseitig darin. Weil wir so tief in diesem Muster verhaftet sind, merken wir es nicht einmal. Man muss aus einem alten Denkmuster erstmal aussteigen, um es zu erkennen. Wie das geht, zeigt uns unser weiser Körper. Body Love leitet dich mit praktischen Übungen an, wieder zu deinem Körper zu finden. Das kann in Sprüngen passieren, als würdest du eine Art körperliche Erleuchtung erfahren oder in kleinen Schritten, bei denen du dir selbst Schicht für Schicht, Zelle für Zelle immer näher kommst, bis du dich endlich ganz verkörperst. Du lernst, dich mithilfe deines wunderbaren Körpers von angelernten Selbstbildern zu befreien, die dich klein machen. So kannst du völlig aufblühen aus deinen eigenen Wurzeln heraus. Du hörst auf, dem nachzujagen, von dem du denkst, dass du es sein solltest, und entdeckst deine einzigartige, wunderbare Essenz, die begraben wurde, als du konditioniert wurdest, brav zu sein. Alles, was du brauchst, ist Vertrauen und die unvoreingenommene Neugierde auf die Fülle in dir selbst. Body Love wird dich in allen Höhlen und Tiefen auf deinem Weg begleiten. Wenn du dich zusätzlich zum Hörbuch mit mir und gleichgesinnten Frauen austauschen möchtest, findest du im Bonusmaterial unter Zugang zu unserer Community. Kennst du dich schon selbst? Wenn du dich jetzt noch nicht mit Haut und Haaren liebst, liegt es daran, dass du dein wahres Selbst noch gar nicht kennst. Noch hast du keine Ahnung, wer du eigentlich bist und was da alles in dir steckt. Noch weißt du nicht, dass hinter qualvollen Gedanken, schmerzhaften Gefühlen, hinter Selbstboykott und Versagen unbekannte, aber sehr weise und liebevolle Teile deiner selbst auf dich warten. Du lebst noch an der Oberfläche und begutachtest dich von außen. Dabei lässt du das, was in dir steckt, gar nicht erst ans Licht kommen. Die meisten Frauen haben Angst vor ihrem vollen Potenzial, ihre unbindige Schöpferkraft ist tief in ihnen vergraben und macht nur mit unliebsamen Symptomen und unangenehmen Gefühlen auf sich aufmerksam. Die meisten Menschen verlassen das Leben, ohne ihre inneren Schätze einmal zu Gesicht zu bekommen. Unsere Körper sind die größte ungenutzte Ressource auf dem Planeten. Doch du hast jetzt dieses Hörbuch und damit den Schlüssel zu dir und dem, was wirklich zählt. Bodylove – ein Geschenk an dich selbst Menschen, die sich in ihrem eigenen Körper wohlfühlen und sich selbst lieben, haben Zugang zu ihren persönlichen Ressourcen und Kraftquellen. Sie leiden weniger unter Ängsten, Depressionen und Burnout und sind in Krisen resilienter. Bodylove öffnet dich für eine intensive Liebesbeziehung mit dir selbst und ist auch der Schlüssel zu erfüllten Beziehungen, zu einem selbstbestimmten Leben und Erfolg nach deinen ganz eigenen Regeln. Ohne unseren Körper können wir nicht sein. Er ist der Ort, an dem wir das Leben erleben. Er ist der Ort der sinnlichen Freuden und der tiefen Intimität mit uns und mit anderen. Wenn es ihm gut geht, sprühen wir vor Lebenskraft. Wenn er krank wird, wird unser Leben zur Qual. Stirbt er, hört unser Leben, so wie wir es kennen, auf. Doch wenn man sich anschaut, wie wir Menschen unsere Körper betrachten und traktieren, könnte man meinen, wir wären mit ihnen im Krieg. Da wird begutachtet, bewertet, kritisiert, gelobt und mit den unterschiedlichsten Methoden manipuliert. Wir wollen ihn optimieren, damit er unserem Ideal an Gesundheit, Leistung und Aussehen entspricht. Wir dosieren, was wir ihm wann zu essen geben, wir versuchen ihn möglichst vorteilhaft zu dekorieren und seine vermeintlichen Nachteile zu kaschieren. Der Körper wird mit Workouts maltretiert, zu denen wir uns zwingen müssen, damit er in Form bleibt und nicht aus dem Leim geht. Kaum jemand zeigt sich heute ohne Filter auf Social Media und die Zahl der invasiven Schönheitsprozeduren und Operationen steigt von Jahr zu Jahr. Dabei werden die Patientinnen immer jünger. Der Körper scheint uns von Natur aus faul und gefräßig, ohne Willensanstrengung läuft nichts. Niemand scheint zufrieden zu sein mit dem, was er von der Natur mitbekommen hat und erst recht nicht mit dem, was die Zeit daraus macht. So sollen wir nun den Rest des Lebens verbringen, in einem ewigen Kampf? Von mir ein ganz klares Nein. Genau deshalb gibt es dieses Hörbuch. In Body Love geht es weder darum, deinen Körper durch körperliche Übungen zu verändern, noch darum, dich mental zu verbiegen, damit du ihn schließlich schön findest. Dieses Hörbuch ist anders. Es führt dich Schritt für Schritt nach Hause. Du wirst anfangen, tatsächlich in deinem Körper zu landen und in ihm zu leben. Du wirst ihn von innen kennenlernen und darin ganz neue Dinge über dich als Lebewesen und Persönlichkeit erfahren. Du wirst deine innere Weisheit und Stärke entdecken und sehr viele überraschende Seiten an dir kennenlernen, zu denen du nur durch deinen Körper Zugang hast. Body Love ist dein Begleiter auf deinem Weg, dich auf dich selbst einzulassen, dir selbst immer mehr zu vertrauen und mit allen Aspekten deiner selbst innige Freundschaft zu schließen. Body Love öffnet deine Sinne, damit du deine Lebendigkeit direkt erfahren kannst. Es zeigt dir einen ungewöhnlichen, aber sehr effektiven Weg zur Entfaltung deines vollen Potenzials. Ich weiß, das hast du schon oft gehört, aber diesmal ziehen wir die Sache ganz anders auf. Diesmal werden wir nicht mit dem Geist einen Weg vorgeben und dem dann folgen, notfalls auch mit viel Disziplin und Anstrengung. Nein, wir werden den Schatz, mit dem wir leben, neu und auf Augenhöhe begegnen. Das erfordert Umdenken oder Umfühlen und das Loslassen von alten Konzepten. Aber dann wird das Leben so viel leichter und vor allem halten die Effekte an. Der ewige Kampf, in dem sich die meisten Menschen befinden, wird aufhören. Er weicht einer liebevollen Intimität mit dir, wahrer Selbstliebe. Frieden mit dir selbst. Wenn du dieses Hörbuch hörst, hast du sicher schon einiges probiert, um deine Beziehung zu dir selbst und deinem Körper zu verbessern. Du hast meditiert, entspannt, positiv gedacht, Schattenarbeit betrieben und dein inneres Kind getröstet. Aber irgendwie landest du immer wieder vor den gleichen Problemen. Es scheint keinen wirklichen Frieden zu geben. Immer wieder tauchen neue Baustellen auf. Das Problem ist der Ansatz. Solange wir vom Geist aus eine Idee entwickeln, wie wir sein sollen, und dann alles daran setzen, um das, was nicht in unser Idealbild passt, wegzubekommen, gibt es keinen Frieden. Die Seiten in dir, die du nicht magst, das bist auch du. Das sind von dir ungeliebte Teile deiner selbst. Wenn du sie weghaben willst, spüren sie das und es entstehen tiefe innere Verletzungen. Diese ungeliebten Teile können so nie heilen. Sie werden immer unterschwellig mitlaufen, dir den Spiegel vorhalten und dir das Leben schwer machen. Du wirst immer im Krieg mit dir sein. In deinem Geist und in deinem Körper. Ohne wirkliche Begegnung mit dir selbst. Innerlich einsam. Unser Körper ist der Ort, an dem wir unsere Emotionen spüren und wo wir natürlicherweise Zugang zu unseren Instinkten und unserer Intuition, dem berühmten Bauchgefühl, bekommen. Nur wenn wir unseren Körper verstehen und uns in ihm sicher fühlen, können wir auf all unsere Ressourcen zugreifen und ein erfülltes Leben führen. Wenn wir nur im Kopf leben, fühlen wir uns haltlos und entwurzelt. Wenn wir in unserem Körper ankommen, erleben wir uns als stark, präsent und zu allem fähig. Doch weil wir so entfremdet sind, ist es ein Prozess, in den Körper zu kommen. Ein Prozess, der Hingabe erfordert. Es ist kein Quick-Fix, aber es macht große Freude, ist effektiv und nachhaltig. Unsere Gefühle spielen dabei eine enorme Rolle. Die meisten von uns versuchen, negative Emotionen zu vermeiden, weil sie nicht gelernt haben, mit ihnen umzugehen. Wir sind schlichtweg nicht in der Lage, die hohen Spannungen dieser Gefühle im Körper zu halten. Wir versuchen, diesen unangenehmen Empfindungen auszuweichen, indem wir sie unterdrücken oder bestimmten Situationen und Herausforderungen, die unangenehme Emotionen auslösen könnten, ganz aus dem Weg zu gehen. Damit geben wir allerdings unsere Kraft und Handlungsfähigkeit aus der Hand. Das schränkt uns ein. Es entfremdet uns von uns selbst und verhindert unsere freie Entfaltung. Gefühle zu unterdrücken, fordert zudem eine Menge Energie. Deswegen fühlen wir uns oft matt und kraftlos. Wenn wir lernen, mit allen Gefühlen umzugehen und auch die über Jahre unterdrückten Emotionen ans Licht zu holen, wird eine Menge Lebensenergie für uns frei. Die Übungen in Bodylove zeigen dir Möglichkeiten, auch unerwünschten Emotionen wie Wut, Angst und Trauer nicht aus dem Weg zu gehen, sondern ihnen mit der inhärenten Weisheit deines Körpers zu begegnen. Du kannst sie so als Katalysatoren für dein inneres Wachstum und deine persönliche Entfaltung nutzen. Die Fähigkeit, mit allen Emotionen und ihrer Intensität umzugehen, befähigt dich, auch positive Emotionen wie Freude, Liebe und Begeisterung in ihrer vollen Kraft zu empfinden und dich lebendiger, vitaler und kreativer zu fühlen. Dabei beginnst du, angelernte Verhaltensmuster hinter dir zu lassen und über alte Selbstbilder hinauszuwachsen. Dein Erleben und dein Leben kommen so wieder in Fluss. So wird dein Körper zum wahren, sicheren Zuhause, in dem du dich bedingungslos wohlfühlen kannst. Aus diesem Selbstverständnis heraus kannst du in der Welt frei agieren. Wie diese Methode entstand Meine Selbstliebe und Embodiment-Reise begann in meiner Kindheit. Ich stand von klein auf neben mir, immer dissoziiert, in Tagträume und später Bücher vergraben. Ich hatte Probleme im Leben anzukommen und Anschluss zu finden. Meine Kindheit war von Gewalt geprägt und ich hatte früh gelernt, mich aus meinem Körper zu beamen, um dem Schmerz zu entgehen. Ich lebte wie hinter einer Wolkendecke. Alles kam mir unreal vor und ich verstand nicht, was die anderen Menschen bewegt. So war ich zwar in gewisser Weise unangreifbar, schwebte über allem, aber innerlich einsam und verzweifelt. Ich hatte Angst, verrückt und lebensunfähig zu sein. Heimlich sehnte ich mich nach Liebe und nach Zugehörigkeit. In diesem Leid gab es aber auch immer wieder Augenblicke, die mir Hoffnung auf eine bessere Welt irgendwo da draußen gaben. Das waren Momente, in denen ich Tänzer sah oder Musik hörte. Sie lösten in mir Emotionen aus, die ich als meine ureigenen erkannte. Heute weiß ich, dass sie mir halfen, meine Seele zu spüren. Sie entfesselten in mir eine Sehnsucht, eine Vorahnung, ja geradezu eine Vorfreude. Wie ein Silberstreif am Horizont halfen sie mir durchzuhalten. Diesem Silberstreif folgend experimentierte ich und tanzte zunächst in meiner ganz eigenen Welt, gelangte dann zu Ballett und Yoga, dann zum Bauchtanz und später als professionelle Tänzerin zur Körperarbeit und schließlich Körperpsychotherapie. Schritt für Schritt erkämpfte ich mir den Zugang zu meinem Körper und zugleich zu einem selbstbestimmten Leben voller Verbundenheit, Leidenschaft und Abenteuer. Auf meinem Weg habe ich intuitiv sehr effektive Übungen für mich entwickelt, die ich so in der Art später auch in der körperorientierten Traumatherapie wiederfand. Doch bevor es soweit war, hatte ich ziemlich zu leiden. Wie viele traumatisierte Kinder hatte ich die Täter internalisiert und mit einem enormen Selbsthass und der damit einhergehenden Verzweiflung gelebt. Kinder, die Traumata erfahren, werden zudem oft Opfer von Ausgrenzung und Mobbing. Das war bei mir nicht anders. Ich hatte zudem oft mysteriöse Angstzustände und spirituelle Erlebnisse, die mich weiter an meiner geistigen Gesundheit zweifeln ließen. Meine Reise zu mir selbst war zwar wunderbar erfüllend, aber sie war auch lang. Obwohl ich mich als professionelle Tänzerin und Tanzlehrerin Tag ein Tag aus mit Embodiment beschäftigte, fiel es mir nicht leicht, in meinem eigenen Körper anzukommen und da längere Zeit zu bleiben. Doch jeder noch so kleine Schritt eröffnete mir eine neue Welt. Immer mehr Schutzschichten und Krusten fielen von mir ab, begleitet von großen Emotionen und Tränen. Ein wahrer Durchbruch kam, als ich den Beckenboden für mich entdeckte. Ihn in meine Tanzmethode zu integrieren, hat mich geerdet und mir ein tiefes Gefühl von Sicherheit und des Zuhause-Seins auf der Welt gegeben. Mein Beispiel zeigt die Möglichkeiten, die wir alle haben, wenn wir anfangen, unseren Körper zurückzuerobern. Alles, was mir geholfen hat, endlich bei mir und im Leben anzukommen, teile ich seit 2006 mit Frauen in meinen Kursen und Ausbildungen. Ihre strahlenden Gesichter und ihre tiefen Transformationen bestätigen immer wieder, dass unsere Körper die Antworten auf die Probleme und Symptome unserer modernen Gesellschaft kennen. Und es muss nicht schwer sein, an diese Antworten zu gelangen. Sinnliches Embodiment, das du hier bei Body Love findest, bringt schon auf dem Weg dorthin pure Freude, Leichtigkeit und Genuss. Dieses Hörbuch enthält die wichtigsten Erkenntnisse und Tools, die ich seit meiner Kindheit für mich entdeckt und in zahlreichen Ausbildungen und meiner Forschung mit tausenden von Frauen entwickelt habe. Es fußt auf der intuitiven und wissenschaftlichen Arbeit von vielen, vielen Menschen vor mir, auch wenn es mir oft wie ein Download vorgekommen ist. Wir sind alle Teil von einem großen Ganzen, das alle Weisheit für uns enthält. Deswegen spüren wir die Wahrheit in unserer Seele und somit in unserem Körper. Es ist unser inhärentes Wissen, zu dem wir alle über unsere Körper Zugang haben. Einige finden es intuitiv, die meisten brauchen Hilfe. Die einen haben es durch die Umstände, in denen sie leben, einfacher, andere schwerer. Einiges sind so davon besessen, die existenziellen Fragen für sich zu klären, dass sie es zu ihrem Beruf machen. Andere können dann wiederum davon profitieren. Dieses Hörbuch soll dir den direkten Zugang möglichst einfach machen. Selbstliebe ist magisch Selbstliebe lässt sich nicht intellektuell meistern. Wenn es um Selbstliebe und Selbstbewusstsein geht, geben uns die gängigen Übungen wie Affirmationen oder positives Denken nur ein kurzzeitiges High. Auf Dauer entfernen sie uns unbemerkt weiter von uns selbst. Denn der Blickwinkel ist das Problem. Die Art, mit der wir uns und unseren Körper betrachten und wie wir uns an das To-Do der Selbstliebe machen, ist von Nichtakzeptanz geprägt. Solange wir aus einer Unzufriedenheit heraus agieren und uns selbst als Baustelle betrachten, werden wir nicht aus dem ewigen Kreislauf des noch nicht gut genug aussteigen können. Selbstliebe lässt sich nicht erzwingen. Sie ist, wie alle Liebe, ein körperlich erlebter Zustand, der sich von ganz allein einstellt, wenn wir die passenden Verhältnisse schaffen. Selbstliebe ist keine Handlung. Sie ist ein Wunder, das wir zulassen oder eben auch verhindern können. Selbstliebe entsteht, wenn wir uns wirklich spüren und uns authentisch und offen begegnen. Wenn wir uns auf uns selbst einlassen, uns wirklich kennenlernen und eine innige Beziehung zu uns aufbauen. Dann ist sie ein unumstößliches, inneres Wissen, das in uns aufkommt. Und es gibt keinen Weg zurück. Wie entsteht eigentlich Selbstliebe? Liebe ist aus wissenschaftlicher Sicht immer noch ein unerklärliches Phänomen. Eines der vielen Mysterien im Leben. Doch aus spiritueller Sicht ist es ganz einfach. Liebe ist eine Energie, die durch uns alle strömt, wenn wir es denn zulassen. Wenn wir sie nicht blockieren oder versuchen, sie zu greifen. Dieses Greifen ist für uns Menschen ganz normal. Es ist eine Angewohnheit, ein Schutzmechanismus, der aufgrund von verletzenden Erfahrungen in frühester Kindheit entstand und unser Überleben als kleines Wesen sichern wollte. Einige dieser Mechanismen sind für uns heute immer noch notwendig. Andere können wir getrost loslassen. Schlussendlich werden wir, wenn wir den Weg zu uns selbst kontinuierlich verfolgen, nach und nach alle Blockaden loslassen und komplett frei werden. Doch das darf nicht das Ziel sein, denn dann würden wir wieder festhalten. Der Weg ist das Ziel und die Richtung ist das tiefe Spüren und die Akzeptanz, die Neugierde auf uns, die Neugierde auf was ist. Der Druck, sich selbst lieben zu müssen, kann zu Widerstand in uns führen und zu dem Gefühl, bei etwas so vermeintlich Selbstverständlichen versagt zu haben. Leistungsdruck aber macht ein freies Entstehen von Selbstliebe unmöglich. Wir blockieren uns damit selbst. Doch die gute Nachricht ist, wirklich jede und jeder kann Selbstliebe in sich erleben. Durch die sinnlichen Übungen hier im Hörbuch ist es ein Genuss und es kann überraschend schnell gehen. Es geht nur nicht auf Knopfdruck und mit einem festen Endziel im Kopf. Selbstliebe muss sich entfalten dürfen. Dafür müssen wir uns erlauben, uns zu entfalten, und zwar ganz, mit all unseren Seiten und Bedürfnissen, mit unserer ganzen Menschlichkeit. Um Selbstliebe überhaupt erst möglich zu machen, müssen wir das Ziel der Selbstliebe loslassen und uns erlauben, uns erstmal nicht zu lieben. Vor der Selbstliebe steht die Bereitschaft zur Selbsterkenntnis und Selbstakzeptanz, und zwar auf allen Ebenen. Wir müssen uns alles in uns anschauen, alles zulassen, alles akzeptieren. Auch die Seiten an uns, die wir selbst nicht mögen, und die Seiten in uns, die wiederum diese Seiten in uns selbst nicht lieben wollen oder nicht lieben können. Dafür brauchen wir Bereitschaft zur Offenheit und Neugierde. Die Power dieses Hörbuches Der einfachste Weg zur Selbstliebe geht durch den Körper. Warum das so ist, wirst du im Laufe des Hörbuches am eigenen Körper erfahren. Ich habe dafür Übungen zusammengetragen, die mir, meinem Team und tausenden von Frauen geholfen haben, ihren Körper zu lieben, ihn zu genießen und ganz bei sich anzukommen. Oder zumindest ziemlich nah bei sich. Alle Body Love Übungen werden dich beinahe unmerklich Schritt für Schritt dabei begleiten, alte Verhornungen, Verfilzungen oder ganze Dämme abzubauen. Es kann zu einer zutiefst spirituellen Erfahrung werden, muss es aber nicht. Du musst an nichts glauben, damit das Hörbuch seine Wirkung entfaltet. Wir gehen hier anders vor als die Body Positivity Bewegung, deren Problem ist, dass sie sich weiterhin darauf fokussiert, wie wir aussehen. Dabei wird der eigene Körper weiterhin objektifiziert. Wir sehen ihn als etwas, das wie neben uns existiert. Als etwas, das wir besitzen und zeigen und nicht als etwas, was wir auch sind. Unser Körper ist kein Objekt. Er ist der sinnliche Ort, an dem wir unser Leben erfahren. Ihn bewusst zu bewohnen und zu genießen, ist der Schlüssel zum Einklang mit dir selbst. Wahre Selbstliebe geht nur mit und durch den Körper. In Body Love wirst du mit genussvollen Übungen auf eine Reise in deinen eigenen Körper begleitet. Wir stärken deine innere Kommunikation. Du lernst mit dir selbst in Verbindung zu treten und zu bleiben, dich selbstsicher zu bewegen und frei zu agieren. Die revolutionäre Methode basiert auf meiner eigenen Reise vom dissoziierten Kind zur verkörperten Frau, auf der ich seit über 40 Jahren forsche und lerne und die ich seit fast 20 Jahren mit tausenden von Frauen geteilt habe. Alles wird von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen unterstützt. Im Bonusmaterial findest du ein Quellenverzeichnis der wichtigsten Studien. Body Love ist mit Übungen und Werkzeugen gespickt, die Selbstliebe direkt erlebbar machen und dein Leben sofort und nachhaltig bereichern. Die Übungen sind sinnlich, alltagstauglich und wirken sich direkt spürbar auf deine emotionale Gesundheit und deine Fähigkeit zur Selbstliebe aus. Mach die Übung am besten gleich mit, sobald sie im Hörbuch auftauchen und notiere dir deine Lieblinge für später. Der Weg ist wirklich das Ziel. Das ist keine Plattitüde, sondern die ganz wichtige Basis. Bei Body Love ist die Art, wie du übst, die eigentliche Übung. Mach es nicht, um anzukommen, sondern um den Prozess zu genießen. Es geht um die Kultivierung einer lebenslangen, intimen Beziehung mit dir selbst. Einer wahren Liebesbeziehung mit allem Drum und Dran. Dabei wirst du dich selbst in allen Facetten kennenlernen und dich noch ziemlich überraschen. Die meisten Menschen kaufen sich Hörbücher wie dieses oder machen Ausbildungen und Kurse, um etwas an sich zu ändern und dann endlich das Leben zu leben, das sie möchten. Sie denken, sie müssen nur noch eine Technik lernen und noch diese paar Probleme aus ihrem Leben schaffen, bis sie endlich anfangen können, das Leben zu leben, das sie sich wünschen. Doch die Wahrheit ist, es gibt kein Ankommen und es gibt kein Happily Ever After. Das Leben ist ein Weg. Wenn es dir mit Body Love gelingt, deinen Blickwinkel zu ändern, wirst du diesen Weg aber aus vollem Herzen lieben. Dann ist es kein steiniger Pfad der Entbehrung. Dann ist es ein Weg, der durch magische Landschaften, sinnliche Freuden und viele Abenteuer führt. Mit den Body Love Tools wirst du alles, was dir in deinem Leben begegnet, mit ganz anderen Augen sehen. Du wirst dich und das Leben als Mysterium begreifen und dich an seinem Zauber erfreuen können. Das ist wahre Lebenskunst und das ist wahre Resilienz. Die ständige Selbstverbesserung kann geradezu eine Sucht und damit eine Flucht vor unserem wahren Selbst sein. Mach dich nicht verrückt mit dem Streben nach Glück, sondern entspann dich in deine Reise hinein. Dein wahres Selbst ist es wert. Die wenigsten werden sich dieses Hörbuch gekauft haben, weil sie unheimlich neugierig auf sich selbst sind. Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft wollen Probleme überwinden und dann endlich ankommen. Für die meisten von uns ist das Leben ein Kampf, den wir nur aushalten, weil wir glauben, dass es dort drüben, wo das Gras grüner ist, endlich inneren Frieden gibt. Das ist nicht schlimm, so werden wir erzogen. Und so funktioniert alles in unserer westlichen und äußerlich erfolgreichen Gesellschaft. So konditioniert hast du wahrscheinlich schon unheimlich viel geleistet und geschafft. Aber dennoch bist du nicht zufrieden. Dennoch weißt du, dass es noch etwas anderes gibt. Und da liegst du genau richtig. Verändere deinen Blickwinkel Ich sehe es in unseren Ausbildungen, aber auch in all den Ausbildungen, die ich selbst besucht habe. Großartige und erfolgreiche Therapeuten, Coaches und spirituelle Lehrer hängen immer noch in der Spirale. Sie lernen diese neue Methode nur, um sich endlich zu reparieren. Und wenn sie schon etwas älter sind, fragen sie sich, ich mache das nun schon so lange. Wann komme ich endlich an? Warum habe ich immer noch so viele Probleme? Die Antwort liegt auf der Hand. Sie beschäftigen sich nur mit sich selbst, um ihre Blockaden, also letztlich sich selbst, zu überwinden. Sie sind nicht an einer echten Begegnung mit ihrem unbekannten, verrückten Selbst interessiert. Sie wollen ihre Schatten und ihre inneren Kritiker nur kennenlernen, um sie endlich zu heilen. Was oftmals heißt, wegzumachen. Und dann endlich zu leben. Doch so läuft das nicht. Solange du dich selbst reparieren willst. Solange werden sich die Teile, die du reparieren willst, von dir nicht akzeptiert fühlen. Sie werden sich bei dir nicht sicher fühlen und dir bei deinem Traum vom ewigen inneren Frieden immer wieder Beinchen stellen. Und das zu Recht. Denn du bist noch ignorant. Du hast das Wesentliche noch nicht begriffen. Du hast die Lektionen, die sie für dich haben, noch nicht gelernt. Solange du dich dir selbst nur aus der Nicht-Akzeptanz näherst, wirst du nie ankommen. Aber keine Sorge. Unser weiser Körper kennt den Weg. Und er kennt uns von Kopf bis Fuß. Auch alle unbewussten, verdrängten und vergessenen Dinge unseres Lebens. Wenn wir mit ihm in Kontakt kommen und eine tiefe, intime Freundschaft aufbauen, steht uns unser ganzes Potenzial zur Verfügung. Genau dazu lädt dich dieses Hörbuch ein. Dich selbst nach Hause begleiten Vielen Frauen fällt es schwer, ihren Körper oder bestimmte Körperteile zu spüren. Geht es dir auch so? Du kannst davon ausgehen, dass es dafür gute Gründe gibt. Dein Körper hat Dinge gespeichert, die dich früher überfordert hätten. Und er lässt sie nur an die Oberfläche, wenn du soweit bist. Je mehr du mit Body Love reifst und als Frau in deine Kraft kommst, desto besser wirst du mit allem umgehen können, was du bisher erlebt und unverarbeitet gespeichert hast. Wir gehen behutsam vor und dein Körper wird sich dir immer mehr offenbaren und anvertrauen. Der Körper ist weise und zeigt dir nur, was sich für ihn sicher anfühlt. So kannst du dich selbst Schritt für Schritt nach Hause begleiten. Stell dir vor, du hast einen Partner oder eine Partnerin, die du über alles liebst. Du bist immer für ihn da und würdest alles für ihn tun. Du hast bereits mehrmals dein Leben für ihn riskiert und tust alles, um ihm ein glückliches und gesundes Leben zu ermöglichen. Dein Partner weiß dich zu schätzen. Er verbringt viel Zeit mit dir, ist aber meist von anderen Dingen und Leuten abgelenkt. Dennoch bewunderst du ihn. Er ist intelligent, ambitioniert und hat viele aufregende Pläne für euch. Er mag dich, insbesondere für all die Dinge, die du für ihn tust. Aber er hat auch eine ganze Menge an dir auszusetzen. Er ist eben ein Perfektionist. Dir hingegen scheint alles gut genug zu sein. Du hast dich noch nie über ihn beschwert. Er hat. Er hat.